Die Eisbacke Challenge Hi Manda! Habt ihr gehört? Wir sind in Poma schon nominiert für die Eisbacke Challenge. Echt? Ja, ich hatte echt eine geile Idee. Ja, da spenden wir was. Mach! Ich hab auch eine Idee. Das solltet ihr auch nicht machen. Guten Morgen! Heute ist soweit. Endliches Wetter schön und die Eisbacke Challenge cool stattfinden. Ja, und nachdem wir, die Alzi Zillertaler, auch nominiert worden sind und ich schon einige Rügen bekommen hab, ob ich mich drucken möcht, werden wir heute eine gemeinsame Produktion dieser Eis-Challenge starten. Danke, Flori. Ich bedanke mich für die Nominierung bei der Katrin Kaltenhauser, beim Bobby Nerra, beim Christopher Mattscher, im Namen der Jutsis, beim Spitzbau Markus, beim Sascho Absenik und seinen Oberkränern. Flori? Ja, so viele Nominierungen hab ich Gott sei Dank nicht gekriegt, weil da kriege ich den Stress zusammen. Ich bedanke mich bei der Sophie Koch, eine Himmelsstürmerin ihresgleichen. Danke Sophie, dass du an mich gedacht hast. Und die Nominierungen machen wir auch gleich, weil ich glaub, ich hab da ganz eine spezielle Kerl einmal den Kopf gewaschen. Wladimir Putin. Und für meine Kollegen die Nominierung, das wär ACDC. ACDC? Yes. Also sensationell. Ob die da hergehen, ob die da mitmachen. Ich nominiere den Achim Sonnendorfer. Natürlich nicht nur spenden oder die Challenge machen, sondern wir machen beides. Wir machen natürlich beides. So, jetzt sind wir da und es geht los. Ihr seht's, Helm haben wir auf. Also wird es eine ganz besondere Action werden. Wir legen einfach los. Ich würd sagen, wir packen's. Auf geht's. Ich geh mal kurz her. Hier. Und jetzt hole ich. Hulle. Die Kart ist geglückt. Überrascht. Jawohl werden Sie das? Schraub! So, Achtung, Kamera an den Stuhl? Kamera an den Stuhl. Juri, schreit dir zur Tat. Jetzt geht's los! Achtung! Daniel, bist du soweit? Ja! Ja, warte, Daniel, bist du soweit? Ja! Nass und glücklich und erledigt. Schön feucht geworden. Da? Ah! Ich glaub, ich hab mir die Hosen gemacht.